Ich freue mich auf das Jubiläumskonzert. Ich freue mich natürlich, dass einer der größten Sänger jetzt mit dem Chor ist, dem Ernst-Busch-Chor. Diese würde es auch längst. Ich glaube, in deinem Fall passt beides zusammen. Möchtest du vielleicht nochmal ein kleines Ständchen vorab für euren Chor singen? Naja, zum Beispiel haben wir ein ganz tolles Lied. Jetzt habe ich in Küritz ganz alleine gesungen auf dem Marktplatz, als wir da unseren Niveau-Schema-Tag hatten. Das heißt, no more war. No more war, no more war, no more war, bring the soldiers home, bring them home, bring them home. No more war, no more war, no more, no more, no more, no more war, bring them home. Super. War aber jetzt der Kammertun, ne? Ja, super, hervorragend, danke. Ja, super, hervorragend, danke.